Mein Name ist Adrian und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit einem Blackmagic Hyperdeck Videos einspielen kannst in einen Atem Videomischer, wie beispielsweise hier das Atem Mini Pro. Und damit haben wir geniale Möglichkeiten, denn wir haben die Möglichkeit dann Videos vorzuproduzieren für beispielsweise unseren Livestream. Das könnte dann so aussehen, dass wir ein Video haben mit einem Countdown, Musik und Bildern. Bevor der Stream losgeht, können wir das dann entsprechend einspielen oder wir haben vielleicht Produktvideos, vielleicht auch nur bestimmte Clips von Produkten, von Orten, die wir einspielen wollen als Bewegtbild in unseren Stream. Und wir haben eben auch die Möglichkeit, bewegte Animationen mit zu integrieren. Und das sind super Möglichkeiten, unseren Livestream einfach ein bisschen attraktiver und schicker zu machen. Und dadurch, dass beides von Blackmagic Design kommt, haben wir hier eben auch eine super Infrastruktur. Die beiden Geräte kommunizieren miteinander und wir können mit einer Software, dem Atem Software Control, mit beiden Geräten kommunizieren. Und was das für Vorteile mit sich bringt, einfach ein kurzes Beispiel. Wir können das alles so konfigurieren, dass wir unser Video beispielsweise auf der 2 haben. Und wenn wir am Atem dann auf die 2 klicken, wird automatisch unser Video in dem Moment gestartet. Und so haben wir tolle Möglichkeiten, hier eben Videozuspieler zu machen mit den Atems und eben in Kombination mit den Hyperdecks. Und ich möchte dich jetzt Schritt für Schritt durchführen, wie du das für dich umsetzen kannst. Im ersten Schritt brauchst du natürlich ein Hyperdeck. Das gibt es in unterschiedlichsten Größen und Varianten, möchte ich in dem Video gar nicht zu sehr darauf eingehen. Ich finde persönlich das Hyperdeck, was hier neben mir steht, am spannendsten. Wir haben jetzt hier das Hyperdeck Studio HD+. Es gibt aber auch größere Geschwister und kleinere Geschwister, kannst du dir auf der Seite von Blackmagic gerne mal anschauen. Wir haben jetzt bei dem Gerät die Möglichkeit, unterschiedlichste Speichermedien zu nutzen, und zwar SD-Karten. Und wir haben hinten einen USB-C-Slot, über die wir eine Festplatte anschließen können, eine externe SSD. Und so können wir quasi die Videos auf diesem Speichermedium abspeichern und dann dem Hyperdeck zum Abspielen zur Verfügung stellen. Also entweder SD-Karte oder hier bei dem Modell noch über USB-C dann eine SSD. Bei größeren Modellen gibt es auch direkt eine SSD, die man reinstecken kann ins Hyperdeck. Und wichtig dabei ist, dass die Videos, die wir abspielen möchten, alle gleich sind, in Anführungszeichen. Also alle sollen die gleiche Auflösung haben, wie dann unser letztendlicher Stream, das heißt in der Regel wahrscheinlich Full HD, also 1920x1080 Pixel. Dazu die gleiche Framerate, beispielsweise dann 25 oder 30 FPS. Und wir haben alles im gleichen Container, alles im gleichen Format. Und ich würde da empfehlen, auf Apple ProRes zu gehen. Und dann können wir eben all diese Medien gemeinsam abspielen. Das heißt, wir sollten da jetzt auf unserem Speichermedium nicht Kraut und Rüben haben. Einmal eine MP4, einmal eine ProRes, einmal noch ein anderes Dateiformat, sondern alles in ein Dateiformat bringen. Ich würde empfehlen, Apple ProRes und dann alles damit abspeichern. Und dann funktioniert das sehr, sehr zuverlässig. Anders kriegt man wirklich Kraut und Rüben und der reagiert gegebenenfalls dann auch nicht mehr. Also dementsprechend alle Dateien, die wir als Videodateien einspielen möchten, entsprechend auf das Speichermedium kopieren und dann hier anschließen bzw. einstecken. Wenn hier ein Speichermedium drin ist und das Gerät am Netzwerk angeschlossen ist, dann können wir auch unsere Dateien über das Netzwerk auf diesem Gerät hier abspeichern. Möchte ich nicht weiter darauf eingehen, aber als kurze Empfehlung. Es kann sehr, sehr spannend sein, wenn das Gerät eben irgendwo verbaut ist und ich damit dann die Möglichkeit habe, über mein Netzwerk eine Bauchbinde oder noch letztendlich kurz vor knapp noch ein Video oder so eben mit reinzubringen in meinen Stream. Dazu muss ich sagen, das Gerät funktioniert eigentlich nur, wenn wir eine Netzwerkinfrastruktur haben. Nur dann macht es wirklich Spaß. Klar, wir haben ja auch die Möglichkeit, die Videos hier einfach über das Control Panel hier vorne abzuspielen und auch durchzuspringen durch die unterschiedlichen Videos. Aber es ergibt wirklich erst Sinn, wenn wir es eben mit dem Netzwerk verbinden. Und da ist es wichtig, dass eigentlich drei Komponenten in einem Netzwerk zusammen sind. Und zwar zum einen unser ATEM Videomischer, hier beispielsweise das ATEM Mini Pro und unser HyperDeck und unser Computer mit der ATEM Software Control. All diese Geräte müssen in einem Netzwerk zusammen sein. Das heißt, kannst du das jetzt entweder so machen, dass du hingehst und sagst, ich nehme meinen Router, meine Fritzbox oder was auch immer dein Router sein sollte und schließe da das ATEM und das HyperDeck per Netzwerkkabel an und vielleicht auch meinen Computer per Netzwerkkabel oder meinen Computer per WLAN, wenn der Router einen WLAN-Accesspoint hat. Und dann kann ich eben hingehen und ich habe alle Geräte in einem Netzwerk und dann können die untereinander miteinander kommunizieren. Die einfachste Lösung dafür ist aber, einfach einen Switch zu verwenden. Das heißt, wir können hier mit zwei Netzwerkkabeln diese beiden Geräte an den Switch anschließen. Den Switch dann entweder über eine längere Strecke eben an unseren Router, der eben auch einen WLAN produziert, mit dem wir über unseren Computer dann Zugriff haben. Oder wir gehen eben hin und schließen auch unseren Computer per Netzwerkkabel an diesen Switch an. Dann brauchen wir gar keinen Router, brauchen wir auch gar keinen Internetzugang. Wichtig ist nur, dass die Geräte miteinander über das Netzwerk kommunizieren können. So weit, so gut. An der Stelle möchte ich dir auf jeden Fall unseren ATEM-Videokurs nochmal sehr, sehr ans Herz legen. Da findest du alles rund um die ATEM-Mini-Modelle. Wir erklären wirklich genau, wofür welcher Button ist, wie du das Ganze einstellst und vor allem, wie du auch mit der ATEM-Software-Control umgehst und da die Geräte einrichten kannst, auch mit dem Netzwerk-Thema. Und wir zeigen eben auch, wie wir mit anderer Software dann eben Buttons programmieren können, um bestimmte Funktionen abzurufen, die wir sonst mit dem ATEM und der Oberfläche hier nicht bekommen. Und das lässt sich auch auf das Hyperdeck übertragen, sodass wir gemeinsam eben mit beispielsweise einem Stream-Deck diese beiden Geräte hier mit einem Knopfdruck steuern können. Aber, wie gesagt, die beiden sind hier in einer Infrastruktur drin von Blackmagic Design und dementsprechend lässt es sich auch schon über die Haus- und Hof-Software von ATEM-Software-Control dann eben auch ganz gut steuern. Im nächsten Schritt ist es natürlich wichtig, dass die Geräte nicht nur gemeinsam in einem Netzwerk sind, sondern wir auch das Bild-Signal ausgeben per HDMI von unserem Hyperdeck in unser ATEM Mini. Und da gibt es eben das kleine Hyperdeck oder ältere Hyperdecks, die eben keine HDMI-Schnittstelle haben. Und dafür braucht man dann einen Wandler von SDI auf HDMI, wenn ich eben mit einem ATEM-Mischer arbeite, der keine SDI-Schnittstelle hat, wie jetzt hier beispielsweise so ein ATEM Mini. Dementsprechend im nächsten Schritt dann per HDMI das Bild-Signal HDMI-Out beispielsweise hier aus dem Gerät rein in einen Kanal hier am ATEM. Das ist dann der nächste Schritt. Und dann gehe ich hin und suche mir hier in dem Setup-Menü meine IP-Adress raus von diesem Gerät hier. Und diese gebe ich jetzt ein in meinem ATEM-Software-Control, sodass mein ATEM-Mischer mit dem Hyperdeck kommunizieren kann. Und wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt hier direkt mal. Wie gesagt, wir suchen uns die IP-Adress hier raus im Hyperdeck und dann gehen wir in die ATEM-Software-Control, klicken hier unten auf dieses Zahnrad und gehen dann hier auf Hyperdeck. Und hier sehen wir, wir können jetzt vier Hyperdecks hier connecten, brauchen wir natürlich in der Regel nicht, aber hier geben wir dann beim ersten Hyperdeck diese IP-Adress ein, die wir im Setup-Bereich im Menü finden bei unserem Hyperdeck. Und dann sagen wir, an welchen Eingang wir das Ganze angeschlossen haben. Bei mir ist das jetzt Eingang 2. Und wir können sagen, dass wir das Autoplay hier aktivieren wollen. Es kann sein, dass wenn du dein Hyperdeck gerade neu hast, neu eingerichtet hast, dass du dann das Remote noch einmal aktivieren musst. Denn wir haben hier im Setup-Menü nochmal einen Punkt, ob das Hyperdeck aus der Ferne Remote gesteuert werden darf oder nicht. Und dann müssen wir das noch auf Einschalten, sonst kommen wir hier gegebenenfalls zu einer Fehlermeldung. Schauen wir uns das Ganze jetzt hier noch einmal an. Wir haben jetzt hier das Ganze eingegeben, gehen auf Speichern und jetzt finden wir hier oben bei Media Player unser Hyperdeck. Und wir sehen dann hier auch, dass er uns hier mit dem Pfeil nach unten die Clips anzeigt. Und ich habe jetzt hier einen Clip drin, das ist Bauchbinde Demo. Und hier sehe ich jetzt auch die ganzen Controls, die ich hier steuern kann. Das heißt, ich kann jetzt hier quasi durch die Clips durchspringen und ich habe die Möglichkeit, eben mit dem Play-Button jetzt auch mein Video zu starten. Nach vorne zu gehen, nach hinten zu gehen im Video, das lässt sich hier mit alles steuern. Und da ich jetzt dieses Autoplay aktiviert habe und das Ganze auf Kanal 2 eingeschaltet habe, sorge ich jetzt dafür, wenn ich auf Kanal 2 schalte, dass er automatisch jetzt hier mein Clip startet, der hier unten ausgewählt ist. Ich kann natürlich dann auch im Verlauf dann den nächsten Clip auswählen und den nächsten Clip auswählen. Aber wichtig ist, ich kann hiermit eben in Kombination wunderbar arbeiten. Ich kann hingehen und sagen, bitte starte mir dann automatisch das Video. Und das ist wirklich ein geniales Feature, was wir hier bekommen von Blackmagic Design, die einfach diese gemeinsame Umgebung hier geschaffen haben. Und das ist eben so eine super Möglichkeit hier, die Hyperdecks mit zu integrieren. Sie werden dann über das Netzwerk abgerufen und ich habe hier eben diese ganzen Steuerungsmöglichkeiten. Und ich kann eben auch hingehen und mir Makros programmieren. Makros findest du dann auch nochmal ausführlich in unserem Videokurs. Denn alles, was jetzt hier in unserem Atom Software Control drin ist, können wir mit Makros steuern. Und das heißt, wir können auch unsere Videoclips mit Makros steuern. Und bei einem Atom Mini Extreme beispielsweise haben wir auch sechs Makro-Buttons auf dem Gerät selbst. Und dann kann ich eben auch sagen, Makro-Button 1 und 2, das sind meine unterschiedlichen Videoclips, zwischen denen ich hin und her springen möchte. Und wenn ich da draufklicke, soll automatisch der Player reingeladen werden und soll automatisch eben dieses Video gestartet werden. Und das ermöglicht uns einfach diese gemeinsame Infrastruktur hier. Ganz wichtig, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das so zu verkabeln, dass wir Bildsignale auch aufzeichnen können. Das heißt, wir können hier das Bildsignal von unserem Atom Mini Pro auch ausgeben an das Hyperdeck, dort aufzeichnen und dann auch als Replay quasi wieder einspielen hier in die Konsole. Das würde ich aber hauptsächlich dann empfehlen, wirklich mit externer Software zu steuern. Das würde ich weder hier mit den Hardware-Buttons machen, noch über das Atom Software Control. Das würde ich dann eher machen, beispielsweise mit Bitfocus Companion. Da auch auf jeden Fall nochmal die Empfehlung für unseren Videokurs. Ich finde den Workflow hier wirklich gelungen und es macht es einem leicht, hochwertig produzierte Inhalte im Voraus vorproduziert mit in den Livestream zu integrieren. Und abschließend möchte ich noch auf ein Feature eingehen, ganz kurz am Rande, warum du dir vielleicht zumindest das Hyperdeck Studio HD Plus kaufen solltest. Denn ab dem Plus-Modell hast du die Möglichkeit, eben nicht nur einen Stream auszugeben aus dem Hyperdeck, sondern zwei. Und damit meine ich nicht, dass du zwei Videos parallel abspielst im Vollbild, sondern es geht dann darum, eben eine Key- und eine Fillquelle auszuspielen. Und damit hast du die Möglichkeit, transparente Videos quasi mit in den Stream zu integrieren. Und das ist eine super, super Möglichkeit. Wenn du beispielsweise eine animierte Bauchbinde machen möchtest oder wenn du irgendwelche anderen Grafiken rein- und rausfahren lassen möchtest, das ist wirklich toll machbar eben mit so einer Key- und Fillquelle. Wichtig dafür, du brauchst natürlich zwei Ports dann an deinem Atem-Bildmischer. Beim Atem Mini Pro wird es dann ein bisschen knapp, da braucht man dann vielleicht doch das Extreme. Aber es ist eine tolle, tolle Möglichkeit, hier eben bewegte Grafikinhalte mit zu integrieren. Wenn dich das genauer interessiert, schau gerne mal bei unserem Atem Mini-Videokurs vorbei. Aber natürlich auch rund um das Atem Mini findest du da alle Einstellungen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video hier weiterhelfen. Wenn ja, lass gerne eine positive Bewertung da. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Ciao.